... von hier oben irgendwas ändern zu können. Ich hab zu viel Spur im Mund. Na, komm. Nein, jetzt, nee, 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 nee. Na, und? Okay, ähm... Okay, ich probier's einfach mal. Wenn mir jetzt das Tor direkt vor der Nase nach oben geht, dann... Okay. Das ist, denke ich mal, offen. So. Wollen jetzt kein Risiko eingehen. Aber ernsthaft. Die können ja durchlaufen und ich nicht. Dabei haben die noch nicht mal den Hebel betätigt. Mit... Uh, schön. Das ist aber zu schwer. Ja, äh, ähm... Ich muss nach rechts. Okay, das bedeutet, ich kann links erkunden. Hier ist nix. Hey! Vielleicht nach links, vielleicht. Level up. Oh, geil. Dreh mal Kern wieder. Nimm mal ein bisschen Öl mit. Komm, der Große hat doch bestimmt noch einen Kern. Ja, zwei Kerne. Nein. Zum Reiß von einem. Und... Oh, geil. Endlich. Ich hab endlich mal was Anständiges gefunden. Ist das cool. Jetzt werden meine Rüstungen mit sowas verzaubert. Damit ich dich einfach nur niederschreien kann. Da gibt's Fußrot da, zum Frühstück, zum Abendbrot und alle Zeiten dazwischen. Ähm... Schau mal, oh... Ne... Oh, nehmen wir doch. Nimm mal doch. Es ist dunkel. Im Staat der Dänemark. Gut. Bitte. Geh jetzt... Oh, Mann. Jetzt geht das schon wieder weiter. Das Torhaus. Ja, na klar. War ja klar. Wie weit geht denn das noch in diese Ruinen rein? Oh, nein, nein, nein. Nein. Scheiße, nein. Nicht schon wieder. Oh, Moment. Moment, Moment, Moment. Leben entdecken. Vielleicht funktioniert es ja. Nee, das ist ja kein Leben. Das ist tot. Nee, das klappt bei den Dinger nicht. Das ist scheiße. Egal. Nee, 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 nee. Wow. Wow. Ey, die sind jetzt... Nicht hitzeimmun oder so. Oh. Ach, ich hab das falsche Ding irgendwie jetzt so anvisiert. Ja, komm, los. Ach, du Scheiße. Okay. Okay. Ähm. Ähm. Ja. Kerzenschein erstmal bloß für die Optik. So. Ähm. Verbrennen scheint ja heute gut an der Tarasordnung. Mann. Das ist eigentlich zu weit unten. Nein! Da verzogen. Das ist jetzt blöd. Oh, das ging easy. Hätte ich mir jetzt schwieriger vorgestellt. Aber der... Jetzt hab ich schon Kreisel mitgenommen. Na schön, da. So, den Kreisel können wir gleich mal mit rein tun und wieder zurück. Äh, Kreisel, 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 hier. Ja. Ähm. Wo bist du, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Katzenschein. Und mein Freund, der Dreamer. So, äh. Dreamer. Yay. Es fehlt der notwendige Gegenstand. Woher soll ich denn das bitte wissen? Pff. Aha. Was bist du denn? Oh. Das ist düster Klinge. Das ist ja mal ein schönes Schwert. Und wo geht denn das jetzt hin? Himmelsrand. Hm. Mann. Hoffentlich gehen die Hebel jetzt nicht wieder nach oben. Weil ich stehe gerade auf einem von diesen Dingern drauf. Ne. Ne, 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 ne. Hier gibt es extremst viel Zwergenzeug. Theoretisch reicht das für tausende von diesen Zwergenrüstungen. Ah ja. Ah ja. Oh, eine Steinbank. Damit wir uns mal ausruhen können. Wir haben ja wirklich schwerste Arbeit jetzt geleistet. Wir haben so ein Mega-Ding getötet. Wobei das Ding ja im Grunde genommen schon tot war. Aber es fehlt... Oh, hier geht es nach oben irgendwie weiter. Vielleicht ist hier der notwendige Gegenstand zu finden, den wir brauchen, um das Ding in Kraft zu setzen. Zu bringen. Damit es funktioniert, ey. Ich hoffe, das geht. Nein. Das ist ein Zwergenschwert. Das hilft uns höchstwahrscheinlich nicht. Äh, das ist ein Zwergenschild. Nein. Das ist ein Teil. Nö. Die Stühle sind total unbequem. Weil wenn man länger drauf sitzt, dann hat man dann das hier als Abdruck im Hintern. Also, wie funktioniert das? Es fehlt der notwendige Gegenstand. Ja, es fehlt so ein komischer Knopf. Aber woher soll ich denn wissen, was hier für ein Gegenstand reinkommt? Woher soll ich überhaupt wissen, dass der notwendige Gegenstand fehlt? Wenn ich noch nicht mal weiß, was da reinkommt. Okay, vielleicht... Ähm... Hier, ne, hier ist nix weiter mehr. Gut. Hier haben wir eigentlich schon alles Mögliche durchsucht. Und... Aber diese Düsterklinge da, die wurde schön, sorgsam irgendwo hingelegt. Das sah mir nicht danach aus, dass irgendwas hier, naja, weggeflogen wäre. Weil würde es weggeflogen sein, dann würde das nicht so auf dem Tisch da einfach rumliegen. Ist zumindest jetzt meine Meinung. Okay, mal gucken, ob ich das Amulett von Talos entzaubern kann. Wow. Fünf. Oh, Mann! Ich komme jetzt wieder raus und auf einmal... Wow, ja, genau. Jetzt geht's mir wieder gut. R... Ne, R war das falsche. T, ja, so. Was? Ne, es ist PM. Da hatten sie sich den Mist ausgedacht jetzt. Jetzt wird's wieder dunkel. Na, klasse. Was habe ich gesagt? Sobald ich draußen bin, wird's wieder dunkel. Hm, ja, hm, hm, hm. Na, kind ruhig, heller sei. Okay, Mann. Dieser FPS-Boost funktioniert überhaupt nicht. Hat das im Grunde genommen sogar noch schlimmer gemacht. So. Braucht kein Mensch. Moment, M, L, so. Ja, hier bin ich rausgekommen. Schönen Dank. Ich würde gerne noch hier so eine Art, äh, Punkt haben. Ausgang aus, so und so. Das wäre mal nett. Gut, also wir haben düster Klinge. Wir haben relativ volles Inventar. Moment. Ähm, ja, die Zwergendinger halt wieder. Gehen jetzt mal hier hin und entzaubern dieses Talos-Teil. Und so nebenbei. Ich bin geablevelt und hab immer noch keine Talentpunkte vergeben. Oder keinen Talent... Nee, Punkte. Plural. Hm. So. Ähm, soll ich Gesundheit verbessern? Ich bin echt hin und her gerissen. So. Mir fehlen noch vier Punkte in Beschwörung. Das ist jetzt nicht schön. Ähm. Aber wo haue ich jetzt hier die beiden Punkte hin? Hm, Alchemie. Nee, da brauche ich noch so einen letzten Punkt. Ja, klar. Ich brauche noch ne... Neun Punkte in Alchemie, eh, ich das Ding machen kann. Redekunst, Taschenhiebstahl. Ähm. Nee. Nee. Ja, ich weiß, es sieht ziemlich verlassen aus bei den ganzen Dingern, aber es ist ja so. ...äB! Nee.